Ja, hallo hier, da sieht man schon Lego Harry Potter, die Jahre 1 bis 4 spielen, hier von Bollast. Na was, Spinner und Katze, noch mal, noch mal, noch mal Katze. Ja, wie gesagt, damit herzlich willkommen zu Lego Potter, die haben wir noch was für. Ja, ich weiß, es ist ein altes Spiel. So, wir machen einfach mal ein neues Spiel. Ja, okay, die Anfangsfilme, das lass ich jetzt einfach mal durchlaufen, um irgendwas zu reden. Hm? 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 Ja. Hihihi. Hä? Mhm. Ja, ey. Oh! Ha! Hey! Oh! Was du alles in seine Jacke rein? Was du, der so fett ist? You know was du wenn ich konnte. HeG, duj, duj! Yes! Hmm. Huh? Huh? Oh,เonуетen das ist mä Fixligt. Haha! Och! Oh! Oh shit! Oh ja! Danke, er frisst alles. Hau, hör mal her, Schock! Oh, Drusen. Er frisst, er wird. So fläch ich mich um. So fläch ich mich um. Wie putt er, so hat sie gehofft. Jetzt krieg ich den Platz. Ich bin nur putt. Oh, ich mach den Spielsaunde mal ein bisschen leiser. Wenn ich ein bisschen akele und so ein Mikrofon dritten. Der Linky Kildron. Aha, die Magie beginnt. So, so. Okay, laufen wir einfach mal hier machen. So haben wir schnell Geld rein. Ja, nur Bares ist was. Oh ja. Nein, das kann ich auch tun. Oh ja. Ja. Oh, danke. Guck mal. Guck mal. Ich könnte jetzt das hier mit dem Stuhl machen und so, aber... Ja, also ich hab das Spiel schon mal gespielt an. So ein bisschen so. Deswegen mach ich das jetzt einfach gleich hier mit dem Harry-Hool-Ton. So, Harry, hol mal das Teil. Los, Harry, die Z-Bote. Nimm das Teil. Jetzt renn da runter. Hoffentlich kriegst du keinen Fallschaden. Nein, kriegst du nicht. So, das Teil platzieren wir hier dran. Ach, ähm. Bevor ich's vergesse. Optionen. Äh, äh. Ach. Ähm. Wann machen wir fünf. Ja, okay. So ist's gut. Äh, Hagrid, du kommst zum Einsatz. Oh, jem. Schon wieder Kohle hier, ne? Weil, haha, robares ist wahres. Das hab ich, glaub ich, schon gut drin. Das ist mein Leben. So. Dann. Geld sammeln, Geld sammeln. Weil, wie wir ja schon wissen, robares ist wahres. Ho, ho, ho. Du sollst ja Penno hinwinken. Gut so. Haha, jetzt kriegen wir ein Hoffnungszeichen. Das Teil verzauben wir auch gleich mal. Oh, ihr Lieb. Hä, wie kommt das da hin? So, aber weiter als hier war ich jetzt auch noch nie. Ah, aber, ja, ja. Mit dem Fass können wir was Lustiges machen. Einmal hier ausleeren. Total lustig. Voll der geile Streich. Jetzt können wir uns das Fass auch noch aufsetzen. Geil, oder? Und dann können wir's noch wegschmeißen. Und wir können das auch noch machen. Oh, okay. Hier, hurry. Setz mich immer drauf. Oh? Nein, das was ich da aufsetzen. Na ja, mit so einem Teil würde ich in der Klasse jeden Tag der Kerl jetzt übernehmen. Ho, 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 ho. Hö, ho, 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 ho. Oh, ho, 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 ho. Oh, ho, ho, komm. Oh, kommér! Gott, komm. Hier ha wollte du erst mal einen Gaendal, komm mal mit, das gehört. Ey, du hättest du mal hör'n? Hebt Mult万fleuture. Dann ist jetzt noch sehr gut aus dem, ähm, Ja, vom Nachbarn gewicht sein zum Aufsteigen! das Teil daneben. Nein, so, ja, okay. Das bauen wir noch irgendwas an. Ja, hier, Eis. Ne, wo ist das? Ja, okay, da. Die Spimmer. Die werfen wieder hinzu. Und, äh, Eis brauchen wir. Ja, wow, soll es mir Eis geben? Ah, okay, so. Hoppala. Ah, okay. So, ich wollte mal sagen, oh, nein, bevor wir in die Bank gehen... Äh, warte mal. Ich weiß gar nicht, wie lang die Folge jetzt ist. Komm, wir gehen noch kurz in die Bank rein. Oh. So. Oh. Ähm. Es kann jetzt... Also, es tut mir jetzt leid, wenn die Folge auch kurz ist, aber... Okay. Aber jetzt, ja, hier noch mache ich dann jetzt aber Schluss. Wo geht denn? Wir räumen hier die ganze Bank auf. Aber... Ja, genau. Folgend Ende. Und...